Hallo und herzlich willkommen und jetzt zurück zu einem neuen Let's Play und wir spielen Peppers Please. Ja, ein Spiel, das wird kein tägliches Let's Play sein, also es wird mehr so ein Let's Play sein nach Lust und Laune. Wenn ich mal Lust habe, dann mache ich noch eine Folge davon. Und ja, so wie an der Simulator halt uns... Ja, ich erzähle mal geschwind kurz, worum es geht, also wie der Name schon sagt, Papiere bitte, heißt es ja auf Deutsch. Und zwar arbeiten wir in einem Flughafen und dort müssen wir dann alle Papiere checken und schauen, ob das Fälschungen sind und ob der Typ, der durch will, Waffen oder so einen Scheiß dabei hat und das müssen wir dann alles korrigieren und bla 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 und ja, wir starten einfach mal eine Geschichte und die werden wir jetzt selbst sehen und da müssen wir halt auch Geld verdienen und für... Ja, da müssen wir halt Geld verdienen für die Familie und so weiter. Willen Sie einen Tag, an dem Sie fortfahren möchten oder starten Sie ein neues Spiel? Neu. Tag 1, neu. Herzlichen Glückwunsch. Die Arbeitslotterie des Monats Oktober ist abgeschlossen. Abgeschlossen und Ihr Name wurde gezogen. Das ist nice. Jawohl. Melden Sie sich umgehend zum Arbeitseinsatz beim Minister... Ministeri... Ich kann nicht mal lesen. Ministerium für Grenzschutz am Grenzübergang Krestin. Weiter. Eine Wohnung der Klasse 8 wird Ihnen und Ihre Familie in Ost-Ges-Krestin zur Verfügung gestellt. Astoska. Es lebe Astoska. Grenzübergang Krestin endlich eröffnet. Nach sechs langen Jahren ist unsere Sicherheit auch wirklich garantiert. Familie vor Zusammenführung. Sport, Politik, bla bla, zur Arbeit gehen. Ja, dann gehen wir mal zur Arbeit am ersten Arbeitstag und mal sehen, wie es wird. 23. November 1982 So, Astoska, Ministerium für Grenzschutz, offizielle Depesche, Inspektor. Willkommen bei Ihren neuen Positionen am Grenzübergang Krestin. Stempeln Sie Einreise-Visa in Pässe und geben Sie die Dokumente dem Einreisenden zurück. Zu Bürger von Astoska sind zur Einreise berechtigt. Alle Ausländer sind abzuweisen. Es lebe Astoska. Okay, achten Sie auf die im Pass angegebene Nationalität. Okay, ja, Ausländer dürfen nicht reinlassen, stand da. Ich weiß nicht, wieso. Astoska, Ministerium für Grenzsicherheit. Grenzposten, Kabine, Rollladen. Das ist der Rollladen. Oh, ich hab's gestartet. Oh, nein, ich muss da drauf drücken. Okay, Grenzposten, Kabine, Rollladen, Tresen, Vorschriften, Audio. Okay, das kenn ich alles schon. Weil ich hab schon mal früher immer Videos davon angeschaut. Und ich hab mir noch einiges gemerkt. Grenzübergang. Krestin endlich eröffnet. Familie vor Zusammenführung. Politik. Okay, ja, das tun wir mal hier rein. Und man, ich hab grad, ähm, ja, ich hab immer noch Schnupfen. Heute ist das Schlimme hier. Aber gut, wir starten da mal. Nächster. Ja, es kam noch keiner, deswegen wohl der Erste. So, Papiere bitte. So, was aus, endlich kann ich nach Hause. Ja, das ist nice. Äh, Tom Maseva, Christine, ähm, Geburt 1956, geschlecht weiblich. Stimmt, Ovec. Aus, Ovec. Ovec stimmt. Ja, Ovec. Aha, Atoska. Warte mal, wo, ich, es tut mir leid. Ein kleiner Moment. Ich will schon was nachschauen. Und zwar, ähm, wo steht die Nationalität? Ich, ups. Es tut mir leid, es ist mein erster Tag. Es dauert ein bisschen. Bis ich mir hier einfinde. Hier steht die, Dinge, das muss der Atoska sein. Also kein Ausländer, oder? Stimmt. Ich glaube, ich, ich glaube, du bist richtig. Ich lasse dich rein. Ich, ich lasse dich rein. Du bist richtig. Du siehst sehr, äh, äh, sehr sympathisch aus. Du, du kannst rein. Es lebe Atoska. Danke. Ja. Und, es war richtig. Okay, nächster. Gut. So. Wer bist denn du? Papiere bitte. Dieser Grenzübergang ist kleiner, als ich dachte. Ja, schon ziemlich klein. Okay, ähm, 1940, 12. Geschlecht, äh, männlich, zu kann, zum Kaido. Hier steht kein Ding. Einen Augenblick, ich muss mal, weil mal hier ist ein Tag. Ich muss schon was schauen. Grundschrift, Karte der Region, Info zur Kabine. Also, ja, Info zur Kabine, bla bla. Ähm, ähm, ähm. Ähm, Ausstellung der Gemeinde, bla bla. Ähm, ja, ich, ich, ich. Okay. Ich komme da noch nicht so gut klar, irgendwie. Ähm. Wird schon stimmen. Ja. Das ist, äh, ups, äh, ja. Zweimal abstempeln. Hier. Äh. Und machen sie mir ja keinen Ärger. Okay. War er wohl richtig. Nein, war nicht richtig. Vorschrift. Keine Einreise aus Impor. Also, der war aus Impor. Für Warnung. Kein Bußgeld. Es war wohl, okay, es war. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht für'n Arsch. Was war nicht für'n Arsch? Republik. Boston. Ähm. Ähm. Post, 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 äh, äh, Republien. Ach Gott, ich will, ich, ich bin da gerade ein bisschen, achten Sie auf den, auf die im Pass angegebenen Nationalität. Wo steht hier die Nationalität? Die müsste, hier, das, da müsste es sein, Republien. Republien stimmt ja eigentlich nicht, soweit ich weiß. Republien ist, äh, tabu. Oder so. Es, äh, nur, äh, Toskana, ich fasse, okay, fahr zur Hölle, ja, fahr du zur Hölle. Wir sind schon längst dort. Äh, ja, okay, wir haben's richtig. Auch wenn's eigentlich nicht richtig ist, dass keine Ausländer fahren, äh, fliegen dürfen, aber Papier, Papiere bitte. Aber ja, dagegen kann man leider nichts machen. Aus Impor. Also, hier ist die Nationalität, was, was war das für ein Klingel? Aus, aus Impor, Weible. Also ja, ich dachte gerade, es wird man, aber gut. Ja, ist du, äh, darfst du leider nicht, du bist aus Impor und nicht aus Tosca, deswegen, verpiss dich, nur Toskana. So, nächster. Okay, ich glaube, jetzt bin ich schon einigermaßen drin. Anfangs ist es noch leichter, aber es wird noch schwerer, wo wir auf mehr achten müssen. Das war ein Fehler, dieser Grenzübergang zu eröffnen. Hä, halt dein Maul. Jetzt, das, das war's schon. Ja, ich hab leider nicht so viele gemacht, weil ich ein bisschen nicht durchgeblickt hab. Nach 18 Uhr gibt es für Einreisende kein Entgelt mehr. Verwalten Sie Ihre Ausgaben mithilfe des Kontroll-Kontrollkästchen unten. Okay, Sparnisse 30, Gehalt 15, Miete minus 20, Nahrung, Nahrung minus 20, Heizung. Also wir haben 5 Dollar übrig. Also wenn ich das da, Nahrung, Heizung, ja, dann kaufe ich Nahrung. Und ja, dann haben wir nur 5 Dollar, kann ich leider nicht mehr machen. Diesmal, ja, wir schlafen. Also da stehen, sind das die Statusse von unserer Familie, Sohn, okay, dass es denen momentan noch gut geht. Oder ob die Hunger haben, ich weiß nicht, aber wir schlafen mal. So, Grenzübergang, Christine, ein Erfolg. In Kürze weniger Auflagen, Einreise von Ausländern. Unterhaltung, bla bla, Analysten in Feierlaune. Mehr Handel und Kooperationen erwartet. Sport, bla bla, mehr können wir da nicht lesen. Okay, zur Arbeit gehen. Dann kommt der zweite Tag, 24. November 1982. Gut, dann sind wir jetzt im zweiten Tag. So, Minister für Grenzschutz, Inspektor mit den heutigen Datum ist auch Ausländer mit gültigem Pass eine Reise zu gestatten. Ah, jetzt können auch Ausländer rein. Ihre Kabine ist jetzt mit Geräten zur Prüfung ausgestattet. Alle, was alle Passdaten sind, sorgfältig auf Diskrepanzen zu prüfen. Diskrepanzen. Einreisewillige mit In-Daten sind abzuweisen. Okay, Prüfmodus. Den Prüfmodus können Sie mithilfe des roten Knopfes auf Ihrem Schreibtisch aktivieren. Markieren Sie bei der Prüfung zwei diskrepante Angaben, um weitere Maßnahmen ergreifen zu können. Vorschriften und Richtlinien. Die Posten unterliegen den Vorschriften und Richtlinien des Ministeriums für Grenzschutz. Die Vorschriften sind eingehend zu studieren. Es lebt, Atoska. Okay. Zum Beispiel hier. Markieren Sie zwei Diskrepanzen im Prüfmodus, um ein Verhör durchführen zu können. Hier ist zum Beispiel das Datum und das heutige Datum, wenn es abgelaufen ist. Atoska. Vorschriften, Audio, Zeit, Datum. Okay, Grenzübergang. Okay, ja, dann können wir das mal hier reintun. Und dann starten wir direkt mal das. So, nächster. So, wer bist denn du? Oh, hey. Papiere bitte. Ähm, 1945, dritter Geburtstag, ja, 1905 war da. Männlich, Boston, Ablaufdatum, 1984, dritter, fünfter. Dritter, fünfter, warte mal. 82. Okay, der ist noch gültig. Republin, ja, das scheint eigentlich okay zu sein. Und machen sie mir ja keinen Ärger. Und das war richtig. Nice, okay. Papiere bitte. Oh Gott, mein Nase ist so verstopft, das regt mich auf. Okay, Antegrin. Weiblich, stimmt's, Glorien, 1982. Ja, ja, es stimmt auch. Eigentlich, das Bild passt auch. Okay. So, ja, so, zack. Gut, hier. Und machen sie mir ja keinen Ärger, mein Fräulein. So, nächster. Und, ja, ähm, Vorschriften, mies, missachtet. Pass, ungültige Ablaufdatum. Das war doch zwei... Oh. Oh. Oh, ja, ich verstehe das Problem. Okay, verkackt. Natürlich, jedes Mal muss ich einmal verkacken. Aber gut. Männlich. Okay, zu Kaido. 1984. 1984, 82. Okay, dann... So, jetzt, du müsstest eigentlich rein dürfen. Ja. 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 So. Äh, nein, hier, bitte. Ja, müsste eigentlich passen. Sicherheitshalber mal geschwind schauen, ob das Bild passt. Die Übereinstimmung. Okay. Ist übereingestimmt. Okay, dann weg. Okay, ja, dann passt das Ganze. Dann können sie mal, ausnahmsweise mal hier durch. Ja, endlich. Passt, 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 das passt schon. Also, äh, bitte, hier. Steppeln. So. Sie dürfen weiter. Mann, und machen Sie mir ja kein Ärger. So, nächster... Mann, was mache ich falsch? Vorschriften missachtet. Pass unge... Was ausstellende Stadt. Was für... Was für ausstellende Stadt. Was, wenn du ein wenig amüsieren willst, kommt... Was? Also. Was? Die Ros... Die Rosasünde. Äh, was... Für alle ihre... Ist das ein Strip-Lokal? Äh, okay, okay, ich komme da sicher bestimmt mal bald hin, wenn ich Freizeit habe. Aber, ja, leider habe ich gerade keinen Freizeitweiblich, stimmt. Okay, jetzt zähle ich mir das Ganze nochmal tausendmal an. Astroska, okay. Ähm, Odd Wedge, 1984, Ablaufdatum, 1.7., bla bla bla, stimmt alles. So, ja, du müsstest jetzt. Warte mal, was ist hier schief gelaufen? Ich will nochmal schauen, passt, ungerecht, ausstellende Stadt. Was für ausstellende Stadt. Ich verstehe es nicht. Jetzt geh einfach durch. So. Du, das müsste jetzt richtig sein. Ich werde ein paar Monate lang da sein. Vergiss nicht, uns zu besuchen. Ja, ich, ich komme mal vorbei. Ich komme mal vorbei. Okay, die war jetzt richtig. So, Papiere bitte. Danke. okay. Äh, 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 Eskarkecova Penelope. Äh, da will jemand. Kann ich irgendwas tun? Nein. Ich kann nichts tun. Bombenanschlag! Ein Soldat wurde verletzt, getötet. Ich glaub nicht, dass er noch lebt, deswegen, er wurde... Friert, 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 friert. Die frieren alle. Ihr Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Der Spielstand wird zu Beginn jedes Tages gespeichert. Okay, das ist gut zu wissen. So, wir haben... Wir haben... Wir haben nichts verdient. Tut mir leid, ihr müsst frieren. Ich kann leider nichts dagegen tun. Terroristen vorübergehen. Anschlag in Gäst... Christin. Kolechias Ketzer unter Verdacht. Grenzübergang noch stärker gescheitert. Gesichert. Unterhaltung, Politiker. Okay, aber das müsst ihr eigentlich jetzt gespeichert haben. 25. November 1982. Ja, das müsst ihr gespeichert haben. Dann würde ich sagen, beende ich hier die erste Folge. Ja, ich würde sagen, ich beende hier die erste Folge. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Puss. Die Bewertung da unten. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Papers, please. Bis dahin. Dann ciao.